Vor zwei Jahren hat Die Linke dazu beigetragen, dass die Chance für einen Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen eröffnet wurde. Die Linke hat es ermöglicht, dass Frau Kraft Ministerpräsidentin wurde. Und natürlich stand dahinter die Vorstellung, dass das Land Nordrhein-Westfalen sozialer, gerechter und ökologischer gestaltet werden soll. Und wenn wir uns anschauen, welche Initiativen die Linke ergriffen hat, können wir eine gute Bilanz verzeichnen. Auf Initiative der Linken wurden die Studiengebühren abgeschafft, es wurde die Demokratie gestärkt. Ich erinnere daran, dass die Gesetzesänderung, die eine Abwahl des Oberbürgermeisters von Duisburg ermöglichte, eine Initiative der Linken war. Und auf Initiative der Linken wurde die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst gestärkt und die Residenzpflicht für Asylbewerber abgeschafft. Das ist also eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Seit dem Frühjahr 2011 haben unsere Freunde von der Linken in Nordrhein-Westfalen einen Wandel in der Politik von SPD und Grünen beobachtet. Die SPD und die Grünen haben sich verstärkt versucht, mit der FDP zu verbünden. Damit sind sie nun, wie der heutige Tag gezeigt hat, endgültig gescheitert. Auf die FDP kann sich kein seriöser Politiker verlassen. Und ich verstehe auch gar nicht, wie man sich auf eine Partei stützen kann, die in Auflösung begriffen ist. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen Haushaltsberatungen gehabt. Die Linke ist mit ganz deutlichen, klaren Positionen in diese Beratung gegangen. Es ging insbesondere um vier Punkte. Die Linke in Nordrhein-Westfalen hat sich eingesetzt für die Einführung eines landesweiten Sozialtickets, für handlungsfähige Kommunen, für preiswerte Wohnungen und für mehr Kinderbetreuungsplätze. Ich glaube, das sind Positionen, die gut für das Land sind. Und ich möchte auch betonen, dass die Linke sehr kompromissbereit und sehr verhandlungsbereit in diese Gespräche gegangen ist. Es gab keinerlei Entgegenkommen von Seiten von SPD und Grünen. Und es gab kein Eingehen auf nur eine dieser vier wichtigen Forderungen. Heute in der Plenarsitzung hat der Fraktionsvorsitzende der Linken, Wolfgang Zimmermann, noch einmal das Angebot zur Nachverhandlung erneuert. Auch dieses Angebot wurde ausgeschlagen. Nun wird aller Voraussicht nach der Landtag in Nordrhein-Westfalen am Nachmittag die Auflösung beschließen. Und die Linke zieht mit klaren Zielen in den Wahlkampf. Ein soziales Land wird es nur mit der Linken geben. Unsere Wahlkampfziele sind ganz eindeutig auf die soziale Gerechtigkeit bezogen. Und wir sind die einzige Partei, die Schulden nicht durch Sozialabbau, sondern durch Einnahmeerhöhung abbauen will. Wir sind die Partei, die die Kosten der Finanzkrise nicht auf den Rücken der Bürgerinnen und Bürger abwettelzen will. Natürlich sind wir auch weiterhin bereit zur Zusammenarbeit mit SPD und Grünen, wenn es darum geht, bessere Bildungschancen für alle Kinder im Land zu ermöglichen. Wir sind bereit zur Zusammenarbeit mit SPD und Grünen, wenn es darum geht, den Kommunen aus der Schuldenfalle zu helfen, damit die Kommunen selbst über ihre Angelegenheiten entscheiden können. Und wir sind bereit, mit SPD und Grünen zusammenzuarbeiten, wenn es darum geht, einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen, beziehungsweise einen Mindestlohn in der öffentlichen Vergabe, von dem die Menschen auch ohne staatliche Unterstützung leben können. Und wir sind bereit zu einer Zusammenarbeit mit SPD und Grünen, wenn es darum geht, Wohnungen zu bauen, bei denen Mieten entstehen, die sich auch normale Menschen leisten können. Zusammenfassend, die Linke hatte vor zwei Jahren einen Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen ermöglicht. Wir bedauern sehr, dass diese Chance verspielt wurde. Zwei Jahre sind eine kurze Zeit. Die Linke hat mit ihren Initiativen eine gute Bilanz aufzuweisen. Und ich hoffe, dass die Wählerinnen und Wähler diese Bilanz genau beachten werden und dafür sorgen, dass eine starke Linke in den nächsten Landtag einzieht. Denn ein soziales Korrektiv wird in Nordrhein-Westfalen dringend gebraucht. Frau Lütz, starke Linke, daran zieht es ja auch mit mich aus. Also die Linke ist in der neuesten Umfrage im Landtag. Wir werden einen engagierten Wahlkampf führen und ein engagierter Wahlkampf führt natürlich zu guten Wahlergebnissen. Was heißt das denn für die Linkspartei im Bund, gerade wenn das Ergebnis doch einiges schlechter möglicherweise sein wird in Nordrhein-Westfalen als vor zwei Jahren? Also wir werden ja erst am 6. oder am 13. Mai die Wahl haben. Wir werden dann für ein gutes Wahlergebnis streiten und hoffentlich auch ein gutes Wahlergebnis einfahren. Und natürlich ist Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes Bundesland besonders wichtig für die Bundesrepublik. Und darum werden wir auch mit der Kraft aller Landesverbände unsere Parteifreunde in Nordrhein-Westfalen unterstützen. Und dabei werden wir auch mit der mentalität Klima in Nordrhein-Westfalen in Nordrhein-Westfalen.